Ich habe das Gefühl, wir hatten gar keine Verschnaufpause dieses Jahr. Es gibt so viele neue, sehr spektakuläre Make-Up-Neuheiten, die wir unbedingt testen müssen. Ich habe einen Full Haul für euch. Wirklich die brandneuesten Produkte, teilweise Produkte, die jetzt erst diese Woche noch rauskommen oder Anfang nächster Woche erst rauskommen. Also bleibt unbedingt dran. Es wird wild. Hi Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche gehabt. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Hier ist immer noch alles voll mit Baustelle. Ich sehe aus, ich habe schlecht geschlafen. Deswegen hoffe ich, dass wir mein Gesicht gleich wieder hinkriegen. Es gibt wirklich super spannende Produkte. Neu von Huda Beauty, neu von Rimmel London. Wir haben Maybelline, wir haben Anastasia. Alles mit dabei. Wir verlieren keine Zeit. Let's go. Das Schöne ist, wenn man online shoppt, vor allen Dingen auf einer Plattform, die manchmal ein bisschen schneller ist als die Drogerien bei uns, dass man schneller an bekannte Produkte rankommt. Deswegen habe ich ganz viele Produkte bei Lookfantastic bestellt. Ich kann da immer so ein bisschen was bestellen und sehe dann da immer, was es da alles Spannendes gibt. Und habe auch ganz viele Produkte für euch unten in der Infobox verlinkt. Fast alle habe ich von dort. Also schaut da gerne mal rein. Und ich habe auch einen Rabattcode bei Lookfantastic. Der gilt auch immer. Und der ist auch so, dass ihr immer das Maximum, was möglich ist, auf ein Produkt spart. Egal, ob es schon reduziert ist oder egal, ob es gerade erst neu ist. Der Rabattcode gibt euch auf die Produkte, wo es möglich ist, immer den größten Rabatt. Und deswegen schaut da unbedingt gerne mal vorbei. Und vor allen Dingen findet man da auch gerade jetzt noch, kleiner Tipp, einige Geschenksets von Weihnachten, die ja nicht schlecht werden. Beziehungsweise die man ja auch so für sich benutzen kann. Deswegen schaut da gerne einmal vorbei. Ich zeige euch, was ich geholt habe, was ich jetzt nicht in mein Gesicht bringen werde. Unter anderem das hier. Am Sonntag oder nächsten Freitag seht ihr meine Parfum-Sammlung. Und da werdet ihr sehen, das Sol de Janeiro, die Bum-Bum-Cream, das Parfum, das gibt es jetzt als Body Glow. Ein Glow Oil. Und das ist so, so krass. Es ist sehr pigmentiert. Es riecht so wie die Bum-Bum-Cream. Und wenn du dir das auf deine Beine oder auf den Dekolleté verreibst, hast du so einen ganz zarten Bronzy-Touch. Ich habe natürlich jetzt sehr viele Haare auf der Hand. Aber schaut euch bitte mal diesen wunderschönen Glow an. Das kann ich mir so gut hier vorstellen auf den Beinen, um einfach so ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen. Und eine Maske, die ich mir nachgekauft habe, Tatsache, die seht ihr im nächsten Aufgebraucht-Video, ist die Ceramidin-Maske von Dr. Jart. Ihr kennt meine Meinung mittlerweile zu Gesichtsmasken, beziehungsweise zu Sheet-Masks, die ich... Ich kaufe mir diese sehr, 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 sehr günstigen nicht mehr. Also so ab 3 Euro in der Drogerie ist es okay. Das soll nicht irgendwie komisch klingen. Aber ich mache diese Masken nicht, um eine Me-Time zu haben, sondern ich mache die Masken, um einen Effekt zu haben. Und die Me-Time hole ich mir durch andere Produkte. Deswegen habe ich mir jetzt die von Dr. Jart geholt. Das sind meiner Meinung nach mit die besten Sheet-Masks, die es gibt. Die Ceramidin-Maske hatte ich auch schon mal. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht habt ihr es bei Instagram letztes Wochenende gesehen. Ich habe ein abgelaufenes Produkt benutzt, obwohl es so ein Pumpkopf war, der ohne Luftkontakt war. Es war abgelaufen, es war nur 6 Monate haltbar. Eine sehr, sehr teure Creme. Ich habe den Ausschlag meines Lebens bekommen. Vielleicht seht ihr auch noch so ein paar Rötungen. Ganz, 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 ganz wild. Deswegen brauche ich etwas, um meine Hautschutzbarriere wieder so ein bisschen auf Vordermann zu kriegen. Und dann habe ich mir gleich noch, wenn ich schon dabei war, dieses Pinke Serum von The Ordinary mitbestellt. Mit, liebe ich sehr, ist jetzt dann meine dritte Flasche. Die zweite ist jetzt halb leer. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass die Haut gut damit geschützt wird. Und ein Produkt, blende ich euch hier ein, was ich bereits auf meinen Augenbrauen drauf habe. Das ist ein neues von Anastasia Beverly Hills. Am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Probleme damit. Ich sage euch aber auch, warum. Ich habe das benutzt, als ich meine Base schon drauf hatte. Das war der große Fehler. Ja, dieses Produkt ist fast genau dasselbe wie das Brow Freeze, auf das ich schwöre. Das kennt ihr mittlerweile. Habt ihr schon so oft gesehen. Bestimmt meine siebte Dose oder so mittlerweile. Weil es das einzige ist, was meine Augenbrauen wirklich in diese Form bringt. Das gibt es jetzt in Flüssig. Ist ein bisschen einfacher zu benutzen, gerade wenn es ein bisschen schneller gehen soll. Der Halt ist 90% so stark wie der von dem Brow Freeze, nur in Flüssig. Problem, wenn die Foundation schon drauf ist, du musst es natürlich richtig in die Augenbrauen bürsten. Und dann festdrücken, beziehungsweise hat das Produkt ja hier auch so eine flache Seite, mit denen ihr die Haare dann gut fixieren könnt. Und dann auch nicht mehr anfassen. Dann hält das bombenfest. Jetzt wird es aber spannend, Freunde. Denn ich habe etwas bekommen von Puder Beauty. Zwei dieser Täschchen. Einmal mit dem neuen Color Corrector. Ihr kennt ja schon Pink Pomelo. Den habe ich ja schon sehr, sehr häufig benutzt. Jetzt gibt es den endlich in Cherry Blossom. Also in dieser viralen, pinken, rosanen Farbe. Ich swatch euch den einfach mal hier hin. Das ist die neue Farbe. Und Pink Pomelo ist die andere Farbe gewesen. Die ist deutlich orange-stichiger. Die mag ich sehr, sehr gerne. Wir probieren jetzt aber einfach mal die neue aus. Soll sehr, sehr deckend sein. Das ist eine geniale Farbe. Sehe ich jetzt schon. Und das blenden wir einfach mal so ein bisschen aus. Dieses Pink da drin korrigiert die dunklen Augenschatten. Und gerade wenn ihr ein bisschen heller seid, dann könnte die andere Farbe eventuell für euch ein bisschen zu orange gewesen sein. Für mich ist das gerade die perfekte Farbe. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das mit rausgekommen ist jetzt. Es gibt dazu auch noch das passende Puder, die Puderquasten oder den Peach Corrector. Der hat nochmal eine andere Farbe. Ja, der ist deutlich orangefarbener. Da sieht man also wirklich nochmal einen Farbunterschied. Und darüber habe ich mich am meisten gefreut, weil es ja andauernd ausverkauft war, sind diese Easy Bake Pressed Powder. Gibt es jetzt in Peach Pie, gibt es aber auch in Pink, welches ich natürlich gleich benutzen möchte. Ich will jetzt aber doch nochmal hier kurz mit diesem Peach hier rüber gehen, weil so ein bisschen lila noch durchscheint. Ich glaube, da könnt ihr diesen Farbunterschied ganz gut erkennen. Schaut gerne mal bei Insta vorbei oder bei TikTok. Da habe ich euch alle Farben mal nebeneinander geswatcht. Da ist dann einfach für sowas immer ein bisschen mehr Zeit, weil ihr dadurch immer wirklich die perfekte Farbe findet. Ich habe sie ja bei Charlotte Tilbury gefunden. Das sind diese Magic Vanish-Dinger. Liebe ich sehr schwörig drauf. Und die machen auch wirklich einen krassen Effekt und gleichen die Verfärbungen aus. Sehr, sehr spannend. Gefällt mir gut. Ich mag den ganz gerne. Verträgt sich nicht mit jeder Foundation, der alte zumindest nicht. Vielleicht hat sich da was bei den neuen ein bisschen geändert. Aber jetzt schaut euch das an. Als ich das gesehen habe, wusste ich, ich liebe es, Online-Produkte zu kaufen, weil vor allem bei LookFantastic, die haben Zugriff auf den britischen Markt. So, Rimmel London gehört ja zur selben Kategorie wie Manhattan. Max Faktor ist ähnlich. Die teilen sich manchmal so ein bisschen die Produkte. England kriegt Rimmel London. Wir kriegen beispielsweise Manhattan oder Max Faktor, je nachdem, wo es gerade hinpasst. So, und die haben jetzt den Multitasker Better Than Filters rausgebracht. Das könnte natürlich schon mal ein sehr, sehr spannender Forecast, eine Vorausschau sein, was wir dieses Jahr hier in Deutschland erwarten können. Gibt es jetzt aber schon dort. Und was das sein soll, ich glaube, das sieht sehr bekannt aus. Ein großes Füßchen, es hat so ein paar Partikel mit drin. Ich lege jetzt einfach mal drauf los, wir schauen, was passiert. Uh, lala. Ich habe übrigens auch sehr, sehr viele panische Nachrichten bekommen von einigen von euch, dass Catrice angeblich den Soft-Filter aus dem Sortiment nimmt. Dazu habe ich tatsächlich wirklich noch gar keine Informationen. Aber wenn, ist es ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm, weil das hier spektakulär ist. Highlighter, Primer und Glowbooster. Ich habe ihn jetzt in der Farbe Fairlight. Und ich bin ja im Moment, ne, also was heißt im Moment schon seit einer ganzen Weile auf diesem Glowy-Skin-Trip, möchte gar nicht mehr so viel Deckkraft. Gestern wieder, wir waren gestern Abend in der Oper und ich hatte ein Full-Face-Make-up drauf durch den Hautausschlag, ne. Und dachte mir, okay, naja, gut, da musst du jetzt ein bisschen mehr machen. Und ich kam mir so verkleidet vor, dass ich darauf echt gar keine Lust hatte. Aber jetzt schaut euch das mal an. Du siehst noch Hautstruktur durch. Es ist sehr glowy. Du kannst es mit Sicherheit auch mit einer Foundation mischen. Aber das ist sehr, sehr schön. Ein ganz subtiler Glow. Hier ist Backstein. Hier ist Olivenöl mehr. Wow. Ich habe das Ganze jetzt mal ein paar Minuten, eine halbe Stunde ungefähr, auf der Haut drauf gelassen, ohne irgendwas zu machen. Und es sieht wirklich, wirklich schön aus. Ich kriege ja immer so ein paar Rötungen, wenn ich etwas berühre in meinem Gesicht. Wenn du mehr Deckkraft brauchst, brauchst du natürlich mehr Deckkraft. Kannst du mit dem Concealer mit Sicherheit gut nacharbeiten. Aber auch der Color Corrector gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Jetzt gibt es was Neues. Ich habe gesehen, dass Claudi auch einige dieser Produkte sich bestellt hatte. Unter anderem das Lip Velvet Rouge Alèvre. Das soll man wohl aber auch als Blush benutzen können. Packaging unglaublich schön. Ich habe mich für die Farbe Pure Hollywood entschieden. Das ist ein sehr, sehr kühler New Ton. Und den setze ich mir jetzt mal hier hin. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wir schauen mal, wo wir hinkommen. Oh, krasse Farbe. Gleich noch ein bisschen auf die andere Seite. Das war sonst zu viel. Ist nämlich sehr pigmentiert. Das ist eher so eine... Ja, das... Ach, woher kenne ich das? Ich habe das schon mal gesehen. Ich glaube, Kylie Cosmetics hat das. Das ist so eine moussige Textur. Ähnlich vom Feeling her wie das Magic Finish von Asam. Einfach nur, damit ihr die Textur sehen könnt. Matt. Also das ist natürlich ein mattes Produkt. Kommt jetzt aber ganz gut mit diesem Skin... Wie heißt das denn eigentlich? Multitasker. Sehr, sehr gut zusammen. Unglaublich schön. Ich will es jetzt gleich mal auf die Lippen auftragen. Hier ist extrem viel auch drin, ne? 3,5 Gramm. Okay, es sieht mehr aus, als es ist. Oh, das ist so eine pudrige Textur. Krass. Das sieht eins zu eins aus wie ein Liquid Lipstick, ohne dass er trocken ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also diese Liquid Lipsticks sind ja auch immer so ultramatt. Aber die sind dann halt auch trocken. Und das hier ist eine ganz moussige Textur, ohne dass es sich trocken anfühlt. Sehr, 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 sehr spannend. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen Concealer hier rauf. Lasst ihn kurz eintrocknen und wir testen ein neues Drogerie-Produkt. Und zwar von Maybelline, den Build a Brow. Wir können jetzt natürlich nur die eine Seite benutzen, aber ihr kennt mich. Ich habe ja hier seit Jahren von NYX den Lift & Snatch. Das ist immer noch der erste. Ich kriege ihn nicht leer. Damit kann man sich diese einzelnen Härchen ganz gut reinzeichnen. Und Maybelline hat jetzt so ein Ding rausgebracht, auch auf der einen Seite mit so einer kleinen Spitze. Oh ja. Und auf der anderen Seite mit so einem G. Das kann ich jetzt natürlich nicht benutzen. Ich habe ja schon was drauf. Aber zehnmal besser als der von NYX. Die Spitze ist ganz, 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 ganz dünn. Ist immer so ein bisschen schwierig. Schaut mal, du kannst hier wirklich... Oh nein, wie toll. Auf einer unfixierten Foundation. Das funktioniert halt bei dem NYX nicht, ne? Da muss alles wirklich trocken sein. Einzelne Härchen malen. Das funktioniert großartig spektakulär. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Das habt ihr auch schon in meinem Vlog gesehen, auf dem Maybelline-Event. Ganz toll. Ich habe mich für die Farbe Deep Brown entschieden. Bei sowas gehe ich immer gerne eine Nuance dunkler oder sogar zwei als meine eigentliche Haarfarbe ist. Beziehungsweise mein eigentlicher Augenbrauenstift. Weil ich da einfach einen Kontrast mit hinsetzen möchte. Diese Textur auf den Lippen ist so ungewohnt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Liquid Lipstick auf meinen Lippen hatte. Vom Finish her, ne? Also ich bin ja so dieses typische Glossy gewohnt. Mir gefällt das richtig gut, weil es super, super deckend ist. Wir fixieren mal alles mit dem Cherry Blossy-Tuder. Ich habe hier noch ein bisschen was drin. Deswegen nehmen wir das. Nehmen meinen Jocomop und fixieren einmal alles. Nur so um die Augen herum. Denn darauf warte ich wirklich seit langem. Dieses Cherry Blossom Powder. Das ist ja, seitdem es draußen ist, ausverkauft gewesen. Easy Bake steht drauf. Ist hier noch was drin? Ah, hier ist sogar so ein kleines Schwämmchen mit drin. Packaging fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich bin ehrlich. Ich habe immer gedacht, dass die Leute, die diese Videos mit diesem Ding machen, dass sie das irgendwie nachbearbeiten. Vor allem bei Instagram. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das funktioniert. Das Problem bei diesen sehr hellen pinken Pudern ist, dass du oft eigentlich nur weiß hast und das dann grau durchscheint. Hier ist gar nichts. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt Peach Pie probieren. Ah, das ist ein bisschen gelblich. Ich Angst hatte, dass das so richtig orange ist. Ja, das ist mir ein bisschen zu orange. Seht ihr? Jetzt im direkten Vergleich. Ich bin ja vom Unterton auch eher so ein bisschen pinky. Pink gefällt es mir besser. Und du kannst es halt auch punktuell benutzen, wenn du hier so ein bisschen auffällen möchtest. Das ist krass. Okay, wahnsinnig gut. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt wird es aufregen. Die kennt ihr schon. Das sind die Lifter Plumps von Maybelline. Die liebe ich tatsächlich sehr. Die sind schon intensiv. Und ich bin immer so ein bisschen empfindlich, was meine Lippen angeht. Aber wenn ihr Plumper auf einen Liquid Lipstick draufgebt, dann habt ihr eher das Glossgefühl und weniger den Plumping-Effekt. Ich mag diese Lifter Glosse eh total gerne. Ich hatte die Farbe 003 Pink Sting aber noch nicht. Und die setze ich jetzt hier einfach mit rüber und habe wieder einen Glossy-Finish auf den Lippen. Und das sieht sehr, sehr pink aus in der Verpackung. Es ist auch pink. Aber wenn du so eine nudige Lippe drunter hast und, und das finde ich sehr spannend, das ist ein First Impression. Es zersetzt gerade nicht den Lip Velvet von Anastasia. Das ist manchmal immer so ein bisschen schwierig bei diesen matten Texturen. Aber ich bin gerade völlig überwältigt von meiner Base. Also ich war super skeptisch, was diese Peach Pie Produkte, diese Huda Beauty Easy Bake anging. Concealer, diese Color Corrector, toll. Habe ich mit gerechnet. Dass das so schön aussieht, in Kombination auch mit diesem Glow auf der Stirn, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen bin ich darüber sehr, 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 sehr froh. Ich habe noch was anderes. Und ich glaube, das ist nicht neu. Es war aber endlich wieder verfügbar. Und zwar von Urban Decay. Von den guten Mäusen haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Da ist so sehr mein Name geschrien, dass ich das unbedingt kaufen wollte. Und zwar Moondust. Das ist ein Space Cowboy. Space Cowboy heißt die Farbe. Das ist finnisch ähnlich wie die Fenty Beauty Diamond Bombs. Aber halt mit so ein bisschen Farbe mit drin. Und ich wollte mir... Oh, wow. Das sieht aus wie ein glossy Augenlid. Sehr glitzernd, sehr sparkly. Aber du hast eine Base, ne? Also das ist das Problem bei diesen losen Glitzern ab und zu, dass sie so ein bisschen durch die Gegend fallen. Hier hast du eine ganz, ganz andere Base. Und schaut euch... Das gibt es ja nicht. Das ist ja perfekt. Das ist so ganz leicht bronzy. Aber wirklich nur, wenn du es so ein bisschen schräg, ne? Da siehst du ein bisschen die Farbe. Oh mein Gott. Ich liebe meinen Make-Up-Kram. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe gesund aus. Ich bin gesund. Aber ich sehe auch so aus. Und nicht so leblos, wie ich mich manchmal fühle. Also dieser Space Cowboy hat mir jetzt gerade wirklich alles... Hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil ich wusste, dass der so krass aussieht. Aber ich wusste nicht, wie schön der in echt aussieht. Wissen Sie, wie ich meine? Ich habe so lange... Es war immer ausverkauft. Es war überall immer ausverkauft. Und jetzt hatte ich wirklich das Glück. Ich hoffe, dass ihr den auch noch kriegt. Weil das natürlich schon spektakulär ist. Was für ein unglaublich schöner Look. Ich sehe richtig fit. Ich sehe richtig glowy. Richtig gesund aus. Und muss sagen, das war ein Volltreffer. Da bin ich gespannt im Sommer. Ich glaube, das wird einfach unglaublich schön auf den Beinen aussehen. Und das ist der Vorteil, es klebt nicht. Also das ist... Das ist trocken. Nicht trocken, aber es fühlt sich an, als hättest du dich eingekriegt. Aber es klebt nicht. Was ich mir noch bestellt habe, ich glaube, das gibt es aber schon gar nicht mehr. Ist von YSL. Das habe ich jetzt mitbestellt als Alternative zu Geschenksets. Das ist mit Lippenstift und dem Concealer. Also schaut da gerne einfach mal vorbei. Es lohnt sich wirklich. Das war ein Volltreffer hier gerade. Also wirklich jedes Produkt. Unglaublich schön. Ich gehe nämlich gleich ins Meeting. Deswegen fühle ich mich auch gerade so. Ich sah ja bis vor zwölf Minuten, sah ich noch nicht ganz so frisch aus. Aber innerhalb von zwölf Minuten so ein schönes, gepflegtes Make-up zu haben. Yes. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrung mit einigen dieser Produkte machen können. Schreibt mir das liebend gerne einmal in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ihr süßen Mäuse, schaut unbedingt bei Look Fantastic vorbei. Ihr könnt immer das meiste sparen. Es gibt Produkte, die es hier noch nicht gibt. Ohne Zoll. Für euch. Deswegen verlinke ich euch einmal unten alles in der Infobox. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.